Sonnenuntergang alles rosa ich bin weiter ich bin imperialer Sturmtruppler weil ich mir noch das Zeug ausgesucht habe tja aber das passt ganz gut dann kann ich mich gleich mal zeigen da links unten Stufe 1 seht ihr bei mir sieht man es jetzt nicht weil ich Held bin oh die Sonne blendet ja richtig aber sie leuchten sehr schön rot da ist die Leia ich bin direkt schon hinzugreifen da Han Solo vor den Kompanenten gegen den Imperator Han Solo der Schlawiner Alter das Ding habe ich bekommen sehen Zieschuss Wahnsinn was war das denn was war das denn ich war auf einmal in der Ecke und Penis konnte nichts mehr machen oh mein Gott trefft sind so tot ja das ist von hinten ja Luke hat mich auch gerade erwischt aber ich war eh schon ziemlich tot deswegen war das nicht so schlimm ich war Schocktruppe deswegen hätte ich schon gern was gemacht aber was das war eine kurze Runde wow Jungs das war keine gute Leistung da sind wir jetzt nicht so stolz auf euch ich habe das Gefühl das Blatt wendet sich jetzt gerade oh Imperator nachdem wir letztes Mal Boba Fett da wendet sich gar nichts da händen sich die Gegner vor Schmerzen auf dem Boden Aua ich muss mich immer dran gewöhnt dass ich mit ihm nicht anvisieren kann nicht weglaufen Leia bleib da Alter Fee also gerade werde ich richtig zerstört ja ich auch von Luke Luke hat mich gerade zerstört ja in so einem Gang im Nahkampf habe ich halt keine Chance was wir sind schon wieder oh oh nicht so grandios wie viele Karten haben wir schon kommt noch eine danach oder im Schnee hatten wir angefangen oder habe ich das richtig in Erinnerung ich glaube ja auf hoff auf hoff auf hoff nicht in der Rebellen wow nicht in der Rebellen sondern in dem Anderen ja in dem Anderen das Rebellen Dings könnte noch kommen stimmt das müsste ja noch kommen hier gibt es ja ihr alle Karten eigentlich alle neine oh der Luke ist hinter mir überraschst und da lauf ach komm mit ich lauf weg vom Luke und werde vom Han Solo erschossen ja die anderen Helden sind gerade ziemlich okay die machen gerade ziemlich gute Sachen das ist alles ich hab's alles nur an Salas aber Luke könnten wir erwischen das hat nicht mehr so viel das bringt auch nichts wenn wir hier aufs ach komm what the fuck sehr schön sehr sehr schönes Ding eieiei danke Len ich will nicht der war notwendig der war ich muss halt mal die Luft rauslassen muss man auch ab und zu mal machen Luft rauslassen Luft rauslassen ich glaube ich geh mal wieder in die Gänge weil in den Gängen glaube ich bin hier effektiver ach Sackgasse Boba geh verdammt nochmal aus den Gängen raus in den Gängen hast du keine Chance Boba das ist absolut dämlich von dir in die Gänge zu gehen komm mal nicht in die Gänge es ist so lachhaft wie ich einfach gegen Luke nie eine Chance habe als Vader ich kann es nicht wenn ich Luke spiele habe ich keine Chance gegen niemanden wenn ich Vader spiele habe ich keine Chance gegen niemanden wo ist sie hin wo ist Leia hin da ist sie bleibt da Leia ja jawoll spüre die Macht der Blitze oh ja gegen zwei Helden wird es auch schwer nachdem ich den einen schon besiegt hatte immerhin noch ein paar Punkte gemacht ja schauen wir mal ob es als imperialer Sturmtuber besser läuft das Rebellenpakt versucht Darth Vader den Imperator Oskoba Fett zu töten wir müssen sie mit allen Mitteln verteidigen ich schätze mal ihre Chancen stehen nicht ganz schlecht dass sie uns auch dieses mal wieder vernichten und damit das Spiel gewinnen was komisch sonst war es doch irgendwas nicht so einseitig ja vorhin war es einseitig für die anderen ja komisch haben sie irgendwie die Teams durchgetauscht oder was haben sie da gemacht keine Ahnung ok Luke ist tot wenigstens etwas ja oder nein ne Luke lebt what the hell Robert Fett ist tot ich habe mit fetter Rakete auf Luke geschossen und der hatte bei mir sah es so aus als ob ich nicht mehr so viel Leben hätte er hat sehr schmerz ich habe schon wieder zwei von unseren helden muss der imperator noch lohnt sich noch mal zu starten das imperator ich bleibe mal beim imperator weil wir der stelle sie vorbei von der seite an der seite also die tippen würde ich mal bezweifeln ganz sicher niemand ist so gut ich bin schon zwei sekunden weg und jetzt schlägt mich trotzdem das könnte man mal fixen ja diese greiflichen spiele wo es gar nicht läuft jetzt weiß ich wieso der luke gewinnt weil er einen scheiß ping hat wir haben ihn gefunden na siehste so leicht gehen wir nicht auf 4 zu 1 noch ist ein bisschen was vom kuchen da ich bin ich bin imperator aber man sollte zusammen bleiben eventuell ich verstecke mich toller plan toller plan ja ich schaue mir seine sprüche an die seite ach so das alles entwickelt sich wie ich es vorher gesehen habe ich fürchte euch aber selige kleine bande nicht ich frage mich ob ihr euch in diesem fall über eure gefühle in klaren seid wir sind uns überhaupt nicht klar unsere gefühle stocktruppe gespawnt noch eine gespawnt oh hi und han luke blitze magst du doch lustig bleib da bleib da han aber jawoll ich bin zwar fast tot aber kannst du mir lieben da hinten ist die leger gleich auf leger geben ich bin so gut ich bin tot sorry sorry komm her hier das liegt da habe ein bisschen fehlt aber oh mein gott okay ich bin tot na komm her Aua ja jawoll helfer wundert aber ist auch so gut echt ah der ist so langsam ja ah schön gut sich dank dann können wir das ganze noch rumdrehen ich glaube ich habe nur noch eine lebensenergie oder so das wäre knapp so leicht gehen wir nicht auf hier das wäre richtig schön nachdem ich gerade eben schon zwei helden umgenietet habe ja siehste wenn wir beide helden sind da ist natürlich dann gleich was anderes und zusammenarbeiten das ist wichtig ja hier rennen gleich alle helden in eine andere richtung einer bleibt stehen einer läuft nach rechts einer läuft nach links sehr schön au au first blood gewonnen nice land nice ja wenn ich aus der tür rauskomme und die schießen da schon rein wow 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 na wenn wir hier so zusammen bleiben wir hatten halt echtes glück dass wir in die beiden von gleich rein gelaufen sind ja was war das was war das wo sind denn alle die haben sehr Angst bekommen vor uns da sind sie da sind sie ach Luke Luke du ja ne dann ich glaube das war es dann ja Luke ist ziemlich hart beim zurückschlagen das ist krass wenn der dich einmal trifft dann kannst du nichts machen ja wie hab ich den garner denn erwischt war ich gerade eben schon wieder im kreuzfeier äh übel so jetzt sind aber die zwei leichteren noch übel also sie haben Luke verloren ja ja ah han hat aber noch 73 ja ich hab's gemerkt wurde mir auch gerade angezeigt warum bloß jetzt muss ich unser boba nur verstecken dann haben wir gute Chancen ja gut gute vielleicht nicht aber dann haben wir Chancen da müssen und boba hat sich nicht versteckt da war es dann wohl schade 7 zu 13 oh mein oh mei oh mei oh mei hab ich geschaut gehabt ob mein ob ich mein also steht da wenn man eine neue stufe wird oder ja 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 gut bei so einem modus wo man immer nur ein oder zwei killt vielleicht pro runde ist das eher schwer erreicht für stufe 17 jetzt nicht gereicht für 27 ich komme der stufe 23 meinem einzigen ziel näher ich brauche noch 2850 für stufe 27 hier war auch noch nicht ich glaube das sind jetzt die letzten drei zwei karten ok das kann gut sein ja tatooine haben wir schon beide also zwei von drei weiß ich gerade nicht ja zwei von drei tatooine waren wir schon ok es wird entweder die letzte oder vorletzte karte sein ok 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 so sei es stufe 17 schon von 50 stufen gibt es ja weiß noch nicht ob ich stufe 50 spiele eigentlich hatte ich davor aber ich bin da ja aber es gibt ja noch die ganzen ich bin ein soldat es gibt ja noch die ganzen erweiterungen da kommt man das schon dazu irgendwann stufe 50 zu werden denke ich mal wahrscheinlich wird es dann wieder aufgegriffen 60 oder so es ist kein ww meinst du hätte ja sein können da oben seiner auf dem dach wir haben einen imparator auf dem dach der liebe imparator ist es der luke sorgen darf da ist der imparator beide auf dem dach noch fast also das ist auf dem dach ich hatte mir als schocktruppe starten sollen oder ist man sich man fühlt sich schon als etwas unmächtig hier oder weiter guter weiter da kommt er auch gleich der andere andere der auch noch sterben möchte und das ist gut für die hübsche in die lüge noch mal reinhaut der letzte der sterben herrscher ist und es gibt es denn ich habe keinen gekillt herrlich fünfhundert zehn punkte glückende punkte oder richtig schlecht die runde 50 hast du das ist einmal ein hero ich war ja schon jeder darf mal leer sein außer ich wechsel zur ehrengarde zuerst alle auf bäder alle auf bäder ober oder im parat ist auch noch nicht nein weil die anderen beine kommen sind kann ja jemand über den parat kümmern ich komme nicht weg ja keine chance gehabt wir hätten die anderen beiden gekillt warum hat er keiner mitgemacht weil der im parat von oben alle gekillt hat ich habe den beiden anderen echt schaden gemacht gehabt schon wieder der rebellensoldat die zuteilung ist auch sehr zufällig oder alles klar wir müssen dafür sorgen dass der prinzessin luke und kapitän solo nichts passiert kapitän solo hohoho scheiße hat er jetzt schon viel abgezogen hm alter luke stehen wir nicht im weg wahnsinn sollte der auf mich gehen das kommt jetzt doch von der anderen seite noch so ruhig geworden direkt über uns war boba nein da ist luft da ist boba nein kommt da schon wieder weg der boba ach klar dass es mich wieder erwischt und nicht und legende rakete zielte auf luke ich werde er hat auf luke ziel und nicht auf mich ach gott schlechte runde oberst tot oder ja muss der rest ist ein schützenfest das ist sammeln sammeln wir können es uns nicht leisten noch einen helden verlieren oh das ist ein weiterer bei mir ist ein weiterer voller energie der lebender voller das gibt es nicht nein bist du gestorben oder nicht gekillt ja nicht gekillt und gestorben oh der imploder hat ihm ordentlich was abgezogen aber ja der hat er noch ganz bisschen gehabt und das hat ihn ein anderer abgezogen mit er mich erschossen hat so geht es so geht das ja ich habe den kill auch nicht bekommen gar eine rakete am anfang durchschießen das ist richtig gut gerade brauche ich nicht aber danke wir sind schon durch habe ich gesagt ich kann mich unter dem falken schön durchgleichen aber das hat jemand anderes auch schon gedacht und der hat leider besser geschossen als ich tja es läuft noch mich ich schaue mal ob ich von der seite etwas abbrechen kann glück ist tot er leia ist tot auch schon länger boa ist aber auch tot stellvertret hat nicht mehr so viel sollte auch bald was zum wo kam das ding denn her aber wenn wir noch handen also schlecht das wenn wir auch verlieren der interesse spielt jetzt gut mit das ist nicht nur ein paar da ist halt auch das kann ich vorrennen aber hand hat noch viele ich weiß nicht wurde acht im rat ist tot der wader ist auch da drin ich bin aber nicht da drin und wer hat schlechte laune ja ich habe ihn er ist vor mir niedergesunken er wollte gerade nicht mit schwecken das war richtig ein kill der part von star wars battlefront ist leider auch schon vorbei zum nächsten part kommst du wenn du auf das bereits laufende video klickst natürlich wird mich freuen wenn du mein kanal abonnierst dann wirst du nämlich in zukunft kein video mehr von mir verpassen und es lohnt sich auch immer einen blick auf meine facebook twitter google plus und instagram seiten zu werfen dort bekommst du immer die neusten infos zu mir und meinem kanal die links zu den seiten und natürlich auch zum kanal vom len 16 der star wars battlefront hier mit mir spielt findest du in der video beschreibung jetzt wünsche ich dir wie meine wunderbare zeit und möge die macht mit dir sein servus und 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 Untertitelung des ZDF, 2020